Was ist bei einer Chemotherapie? Bei einer Chemotherapie werden Medikamente verabreicht, die zytotoxisch sind. Das heißt, es sind Medikamente, die auf Tumorzellen wirken. Diese Medikamente unterbrechen in der Zelle die Vermehrung dieser Krebszelle. Es gibt Zellzyklen, nennen wir das, wo sich die Zelle teilt und diese Medikamente greifen dort spezifisch an. Eine Chemotherapie wirkt an den Tumorzellen und verändert die Erbsubstanz bei den Tumorzellen. Dadurch werden vor allem Zellen getroffen, die sie schnell teilnimmt im Körper. Ich habe Ihnen das mal in so einer Grafik dargestellt. Sie haben auf der x-Achse die Anzahl der Zellen bzw. wie groß der Tumor ist, wie schwer der Tumor ist. Hier habe ich mir einfach mal die Zellteilungen aufgezeigt. Sie sehen, dass wenn der Tumor sich zehnmal teilt, dann ist der Tumor sehr klein und dann teilt er sich 20-mal und 30-mal. Erst wenn er sich 30-mal geteilt hat, können wir ihn, denn dann ist er nur ein Gramm schwer, dann können wir ihn letztendlich im Spital diagnostizieren und feststellen und dann ist er nachweisbar. Die Tumorzellen, wie auch die normalen Zellen, bedürfen Nährstoffe, aber auch Sauerstoff. Ein Tumor von maximal ein bis zwei Millimeter Größe kann ohne Blutgefässe überleben. Das heisst, die Versorgung erfolgt dann durch Diffusion. Wenn der Tumor grösser ist, gibt es eine, zum Beispiel, Sauerstoffunterversorgung im Tumor und dies führt zur Gefässneubildung. Wenn man die Hoffnung hat, den Patienten zu heilen, wird man die wirksamste Chemotherapie einsetzen wollen. Diese besteht aus der Kombination einerseits der klassischen Chemotherapie, also der Gifte, die den Krebs angreifen, mit einem Antikörper. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Antikörper, die an den Zellen andocken und dann gibt es die Antikörper, die die Blutgefässbildung blockieren. Und das wird abhängig sein von den Faktoren, die der Tumor hat, wird man eine Kombination wählen und mit einer möglichst effizienten Therapie zu einer Schrumpfung der Metastasen, also der Ableger in der Leber, das durchführen und dann hoffentlich zu einem noch operablen Zustand bringen. Es gibt viele Studien, die eine Hemmung der Tumorangiogenese untersucht haben, klinische Studien, die wir bei Patienten durchgeführt haben. Und ich glaube, wenn man alle diese Studien zusammennimmt, dann ist relativ klar geworden, dass die Hemmung der Angiogenese besonders effektiv ist, wenn wir die zusammen mit einer Chemotherapie durchführen. Viele Studien führen die Hemmung der Angiogenese dann auch über die Chemotherapie fort, so als Erhaltungstherapie. Der Stellenwert dieser Erhaltungstherapie ist allerdings in der Onkologie weniger klar. Diese moderne Angiogenese-Hemmung ist bei vor allem soliden Tumoren anwendbar. Das sind Tumore, die fest im Körper sitzen, das sind nicht Tumore, die vom Blutsystem ausgehen. Wir haben vor allem Erfolge verzeichnen können bei Brustkrebs, bei Nierenkrebs, aber auch vor allem bei Darmkrebs haben wir das sehen können, dass das hilft. Eierstockkrebs ist eine Indikation und seltene Form eines Hirntumors. Bei diesen fünf kann man das Medikament einsetzen. Es gibt ganz unterschiedliche Krebsarten. Und es gibt Krebsarten, wo die Angiogenese-Hemmung sicherlich ein grosses, grosser Segen ist. Und dann gibt es andere Krebsarten, wo das offensichtlich nicht so ganz einfach ist. Und hier konnte wirklich häufig gezeigt werden, dass das krankheitsfreie Überleben verlängert wird. Aber es gab auch Studien, die gezeigt haben, dass das Gesamtüberleben dennoch gleich ist. Und ich glaube, dass die Schwierigkeit momentan, aber dass es eine große Aufgabe der Forschung für die nächsten Jahre ist, wirklich die Patienten herauszufiltern, die von der Angiogenese-Hemmung profitieren, beziehungsweise die Patienten eben auch herauszufiltern, die vielleicht andere Medikamente brauchen, weil sie von der Angiogenese-Hemmung nicht profitieren.